Eisenbahn, kurz wissen, das hier ist ein Zughaken und dahinter haben wir den Kupplungsbügel. Und diese ganze Ausrüstung haben wir am Wagen nochmal. Nur, wie rum kupple ich jetzt den Bügel vom Wagen hier rein oder den Bügel der Lok in den Zughaken des Wagens? Dem Zug ist das nachher egal, wie rum. Aber wir Lokführer, wir kuppeln gerne so, dass wir vom Wagen den Bügel hier reinlegen, weil wenn da mal was abreißt, dann ist unsere Lok noch in Ordnung. Okay, tschüss!